Hallo und willkommen zurück. So, ich hab jetzt wieder ein paar Sachen verändert. Und zwar, da ist ein riesiges Fachterminal gebaut. Statt unser altes Öl-Terminal. Und da ist einfach ein Öl-Bahnhof gebaut. Hm, der weg jetzt. Ich geh ja runter mit dem Ton. Hm, nein. So, dann mach ich noch. Na, habt ihr jetzt ein riesiges Fachterminal gebaut? Ich hab mir jetzt noch ein drittes Öl-Terminal gebaut. Also noch eine Plattform. Vielleicht bei uns sogar noch eine vierte. Die inzwischen schon. Oh, warte mal. Ich glaub, acht die den Ur. Genau, acht. Da. Genau. Die sind lecker dann abgefuhren. Genau, die sind grad drauf. Auf der anderen Seite. Ich geh mal da jetzt. Äääh. Es müssen es noch mehr werden. Genau, ich hab jetzt einmal neu gebaut. Ääh, ja. Ääh, ja. Und da habe ich auch komplett neu gebaut und zwar habe ich jetzt zwei Lymphmittel verbeugnet. Ich werde da wahrscheinlich gleich noch mal drei hin platzieren. Aber da habe ich jetzt eine Einbaustraße hergemacht und halt so eine Frachtebau. Aber ich will es merkbar, da haben wir jetzt wieder kurz schauen. Da haben wir das doch noch. Das habe ich jetzt gehabt, oder? Da haben wir jetzt wieder kurz noch schauen. Also, na, warte, bitte furcht. Na, da haben wir hier. Das Brot zieht nichts von Maximum 2000 und der nur 400. Das ist ein sicherer Unterschied. Hm. Das ist ein sicherer Unterschied. Hm. Das ist jetzt momentan irgendwie ein Problem. Weil jetzt haben wir, ja. Das was ich gesagt habe, da wahrscheinlich noch einmal umbauen. Hm. Ja, machen wir es gleich. Ich hätte da zwei schon zwei Mal umgebaut. Oh, ey. Ja. Jetzt kommt das einmal weg, genau. So. Mal ein. Okay. Das war's auch echt. Mal ein. upeinander. Ich hab die!" Wie? S Monterface oder so? Die lernen wir endlich. Also – nicht mehr machen wir mit. outro. Okay, der. Das kommt weg, find ich bissl blöd, also das nehmen wir nicht an zu hören, weil ich meine, bitte, wenn man denkt, die Stadt braucht ja schonmal selber 1000, ich meine, wir sollen das machen, wenn ich das Ding noch 400 mache, dann brauch ich da noch einmal 2, das ist Nein, was will ich da, bis ich so viel Duft mache, wenn ich den entwicklen, so da, mit einem meiner Bewerbster, sollen ich draußen anbinden, einfach der, das ist nicht gleich viel Höhe, aber das ist nicht mehr offensichtlich, naja, das ist immer dieses, was hätte ich gern, das ist eine Art, die Linie auch, oder sowas, oder zwar, oder, 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 Ein Snap oder Lockett oder was gibt es noch für die Möglichkeit, also ein Traster, das sie aktivieren können. So, die Frage ist jetzt, wie stecke ich das da jetzt dran? Ja, also hier ganz einfach steckt es gerade an der Strafe dran. Dann steckt einfach, warte einmal. Dann steckt einfach das Loch dran und dann nebenbei dann das Terminal. Das werde ich besser. Ja, genau so. Hallo, jetzt nicht oft. Ja, so. So, wir beide. Das ausbauen. Okay, das mache ich ja. Das passt noch nicht. Irgendwann für die Neo. Ja, genau. Da oben einen Eindriss brauche ich. Ja. Warte mal, was sagst du jetzt nochmal? Turn around in Station. Ich check jetzt nicht ganz. Turn around. Also unten dran, aber wie in die Station. Ich sehe jetzt auch ein bisschen Unterschied. Keine Wände. Das ist so. Hm. 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 Warte mal, das ist nochmal ein bisschen. Das ist nochmal ein bisschen. Das ist nochmal ein bisschen, eben. Hm. Hm. Warte mal. Warte mal, jetzt nochmal. Wir sind nochmal. Okay. Hm. So, dann machen wir so ein bisschen, genau. Das ist ein bisschen, genau. So, dann machen wir so ein bisschen. Und dann ist es so, was ich? So, dann machen wir so ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen viel. Aber dann machen wir so ein bisschen. So, wir haben so ein bisschen. Ja. Hallo? Ja. Genau. Da braucht man natürlich noch den. Ähm. Passt. Wahrscheinlich fallen sich alles noch mal ändern. Ähm. So, warte mal. Lebensmittel eben, weil die werden jetzt da reinfahren. Und jetzt hat man schon gedacht, dass die Schlinge das so machen werden. Das will ich auch nicht. Das will ich auch nicht, weil die da viel länger runter umfahren und da viel eher so stark man kann, als wenn man da reinfährt. Äh. Deswegen. Dann ist es weg. Genau. Also das ist der Zug, tipp also nicht. Ähm. ... Ja. ... so so damit Ähm... Und dann passt... Ja, kann sie da wieder so her... Brauchen wir noch ein bisschen Teane... Ja, das versuchen wir ein bisschen schön zu machen... So, ne... Passt... Das war schon komisch, wenn man denkt... Das ist ja dann eigentlich das... Das Sinnfach immer... Das ist ja... Das ist ja... Aber wir haben ja alle Züge... Weil auch das Wachtluft... Aber wir haben ja... Neue... Neue, sagen wir so... Jetzt möchte ich, dass ich den noch weiter mache... Jetzt möchte ich den noch mal aussehen... Da, jetzt schon... Oder... Oder nicht... Da... 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 Und so grundlich ist das... Ich bin ja eh nicht schlecht... Aber... Gerade mit den LKWs... Na... Man müsste auch denken... Ja, man sagt... Das ist ja schon ziemlich große Fachterminal... Ne... Und... Solange sie eben Fachterminal sind... Fahren die ja nur... Nicht so schnell, ne... Ne... Wei... Ne... Also deswegen... Was ist das, was ich? Was ist das? schon. Da geht es schon auf jetzt. Ja wer und ich frag, ob ich da alles dann auch machen will, wie gesagt, hätte ich ja was nicht dann auch weniger liefern. Da bin ich noch nicht bei Maxim. Da können wir ja nochmal schauen. Da bin ich jetzt mit zu warm. Am Montag hat es gerade ausgebaut. Das habe ich übrigens noch ein bisschen weiter gemacht, damit die schon wieder besser umtragen können. So, warte mal. Da haben wir jetzt diese Staffel der Tim für, wie wir uns eigentlich hauptlich um die Region zu uns bekommen haben, ja. Jetzt ganz schön nochmal schauen. So schaut den Daumen dann aus mit D. Okay, 66. Ein wenig für die Richtung. So. Ja, das ist irgendwie, dass ich das irgendwie umgedraut. Keine Ahnung. Das ist irgendwie so. Ja, ich warte noch 24. 25. Da geht einfach 60. Ja. Ja. Das kommt einfach aus der anderen Richtung. Mehr. Übrigens bin ich ein bisschen in die Neophil gegangen. Ja. Das war auch schon nochmal umgekehrt. Ja. 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 Das sind noch mehrere. Jetzt ist es irgendwie in der Wunderweise umgekehrt noch. Und wenn wir jetzt eigentlich mehr als, mehr hochheifer werden. Ja. 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 Ich will mal weiterbauen, mal schauen wo das ist, wo es eigentlich am schlechtesten Meer ist, dass wir es machen. Wird man gleich da weiterbauen sollen? Oder mal woanders? So, dann soll der Endbahnhof sein. Genau. Dann werden noch einiges. Vielleicht können wir da mal weiterbauen. Und da wäre jetzt die Frage, dass wir da mal öffnen. Und da. Genau, das... Wo ist denn die nächste Stadt? Die ist da. Die ist ja wirklich müde. Die Stadt, bitte. Ach, warte mal, da muss man was einbauen. Ja. 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 Ich hasse Stau. Ich bin echt so ein Mensch. Ich meine, ich habe selber zwei Monate leider kein Auto. Das ist aber zwar hauptsächlich mehr Liquid, mehr Geld, aber der zu viele Autos gehabt hat, ich will doch aus dem Bier. So ein Mensch, der aber mit dem Zug gefahren ist. Also, warte mal, das ist dann die nächste Stadt. Naja, so ein Scheiß mit Bordensau einfach, dass er durchhole. Was sagt's hier? Durch den. So, weg. Naja, jetzt wird's ja da hinten ja eigentlich hinschrieben, so viel Südbayerseesiedlung und Ostbayerseesiedlung, äh, haben keinen Kontakt, äh, haben keinen Kontakt, äh, haben keine Verbindung werden. Ähm, und da ist zwar kein Autoverkehr noch unterwegs momentan. So, dann. Ähm, 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 auch da war ich schon irgendwo Einbahn gemacht, äh, okay, da war schon gemacht. Da hab ich mich halt wohl vergessen. So, da meinte ich, der kommt jetzt auf dem Weg, wenn man jetzt wissen, dass das im Weg ist. Und ich mach so, so viele eigene Fabriken noch. Immer am besten. So, Gebäude. Warte. Ähm. Soll die Führerbahn noch sein. Ähm, ja, bei dem wir schon hier wieder. Ah, und die ist. Wo? Na, doch nicht. Hm, die noch. So, wir brauchen noch nicht für zwei Gleiser, genau. Ähm, so. Ähm, 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 so. Ähm, Da habe ich den Bauern gedacht, es gibt die Eichnetz-Netz-Funktion, aber keine Ahnung. Wenn mir das Gefühl, dass die Eichnetz überhaupt nicht fungiert, dann habe ich noch eine Idee. Ich würde das draußen dann noch ein bisschen breiter machen. Hm, so gesehen. Ach so, da noch, da noch, da noch, genau. So. Aber es gibt ja eine Snapping-Funktion, ne? Im Beispiel Englisch, ne? Aber das soll die Nähe nicht funktionieren. Deshalb möchte ich lieber weiter mal über den Öl-Öl legen. Wahrscheinlich will ich dann irgendwo mal ein Bootsterminer bauen. Also ich darf nicht ganz auf die Kletze machen, vielleicht auch noch schischen. So passt's hier da. So. 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 Das ist nicht von mir, oder? Ja, das gibt's hier aus, halt. Passt. Ja. Was hätte ich jetzt machen, kann so weh. Du hätt'n ganzen Bahnsteig dick. Hm. So. Ich glaube, wenn man weiß, wie es da jetzt nicht so geschieht, das wüsste ich noch. Das wüsste ich noch. Das wüsste ich noch modieren. Hm. Ich finde das so unterschied. Ich hoffe, mir zieh mich jetzt endlich auf. Oh, dass ich die E-Me ersetzt. So, äh, äh, ne, oder ersetzen. So, geh du bitte alle x-Sachen durch. Die ersetzen. Ja. So. 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 Mmmh Wirklich nicht Was? Ich will jetzt noch mehr Wirklich nicht Wirklich nicht Wirklich nicht Den Fangen Wirklich nicht Werden Wirklich nicht Wollen Sollte ich meine Hand. Sollte ich meine Hand. Sollte ich meine Hand. Ja. Und zwar, und zwar. Na, das paar Wochen. Das ist jung. Und dann da ist doch drauf. Ja, na. Hm, Lavendium, irgendwie ist nicht immer die eine. Und zwar ist nicht nur mit der Seite. Ich brauche mit der Seite. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Soda! Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, da findet er noch nicht mehr drin, und da ist auch nicht mehr nix. Also da kommt ja noch nicht mehr. Dann wird er noch nicht mehr raus und dann wird er noch nicht mehr raus und dann wird er noch nicht mehr raus. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das ist gut. Ja. Ich hatte ja komisch aus. Ich hab los. Nee. Ich hab los. Nee. Irgendwie hätt ich gern oft ein bisschen mehr dann abgeschaut, ne? Wenn man sich die wie ein Tuchte anschaut, so nah und anders hat die jetzt eigentlich immer, oder? Finde ich. Also die, die, die. Okay. Das ist ja ganz heiß los. Hm. Nein, zumindest. Da wird ein bisschen Wetter ausmacht. Hm. Hm. Das ist ja so. Ja. Ich finde, dass sie echt ein bisschen zu nahe und nahe essen. Ja, das wird hier passen. Ah, ich hasse es noch. Vielleicht eine andere Farbe noch. Hm, ja. So fährt das doch mal in der Schläge aus. Das ist doch sichtlos. Na ja, das ist doch ein bisschen, ob man kann. Sehr gewischt, ne. Finde ihn endlich immer in der Brücke. Überfordernd an. Bis denn jetzt. Ah, ich hasse das. Das kann man aufmachen, aber ja. Ja, das muss ich jetzt hoffen. Ja, das muss ich jetzt hoffen. Hm. Hm. Ja, das muss ich jetzt hoffen. Hm. So, warte mal. Da will ich den Tunnel enden. Ah, was ist denn jetzt los? Auch jetzt. Na, da will ich den Tunnel enden noch ein bisschen verkehrt ziehen. Ja. Hm. Ja, gut, so haben wir früher gedacht. Hm. Hm. Ja, da will ich den Tunnel enden. Ja, gut. So haben wir früher gedacht. Das müssen wir von anderen Seiten. Ja, nein, dann. Da machen wir ja die Schafe. Nehmt noch. Da bleibt doch noch nicht allzu lang. Ja, das müsste man doch noch nicht allzu lang sein. Ja, das muss man auch anschauen. So ein bisschen im Berg drin liegt, nach so gut zu sehen. Da war's ja schon neugierig. So, da haben wir noch die Brücke gesehen worden. Und dann die Brücke passt hier schon. So, da haben wir noch ein bisschen, hoffe ich. So, zu kauf. So, da war's ja schon viel. So, da war's ja schon. 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 So, da war's ja noch ein bisschen. Ist das noch oben? Ja, das ist noch oben. Wie geht's dir? Ja, das ist noch oben. Ne, ne, das ist sicher. Das ist. Ah, es ist so, so gut. Ne, ne, rampen. So, da. Mh, nochmal weiter. Mit der hat er nur das Ehen zu genommen. So, da hab ich das noch hier. So. 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 . So. . So. . So. . So. 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 . So. . So. . So. . So. 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 . So. 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 Ich meine, so viele Leute. Nur ein Zeh mit Formen. Ja, die ist schön. Das heißt, wie ich mich am Deklar ansteckte, aber ich dachte, dass ich einmal mit Fußspuren und mit Fußwehen und so. So, jetzt. Nein, das ist einfach. Was für ein Junge? Ach so. Entschuldigung. Nein, da gibt es gar nichts mehr. Natürlich. Das schaut für mich aus. Ich dachte nicht, ich weiß, wie Seeluft. Weil Seeluft klingt ja für mich eher so, als wäre es jetzt so eine Satellitenstadt. Vielleicht so lasse ich die oben oder so. Es ist jetzt nichts eingeseheniges da. Und jetzt ist vor allem, ich sage es hier super lang. Ich will jetzt einfach mal schauen, wie schlimmer da werden. Ja, ich schaue es. Ja, ich schaue es. Ja, ich schaue es. Ja, ich schaue es. Oh, das führt mir wieder, ich schaue es da. Ja, ich schaue es. Egal, ich schaue es mal. Es ist nicht mehr vor allem. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, es ist nicht mehr. Ich weiß nicht mehr oder nicht mehr. Ich sage mal bis 165 haben wir mit der 744er vor, oder mit der 744er beziehungsweise. Ja, sehr wohl. Da ist sie noch ein bisschen. Ah, wer ist da in die andere Richtung, der fühlt noch kurz an. Ja, sehr wohl.